Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master und wir heißen euch Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Was ist denn im letzten Paar passiert? Sag es uns bitte. Wir haben eine Maid gejagt, die sich nicht so gut benommen hat in ihrem Beruf. Ja, sie hat einen Koffer gestohlen und ist durch Wände gegangen mit dem Koffer. Wie auch immer das möglich ist. Ich glaube mal, dass du jetzt erstmal das Hotel wieder auf Hotel erforschen gehen musst und dann per Start auf Teamspielen gehen kannst. Ja, weil ich habe jetzt einen neuen Vergleiter. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, wir müssen erst... Wir müssen erst das. Unseren melden? Meinen Controller anmelden? Äh, äh, äh? Na loskommen. Ne, wir müssen jetzt meinen Controller anmelden. Wieso? Oho. Weil wir meinen gerade nicht finden. Untergrundgeräusche... Alles geht kaputt. Ne, geht, ne? Okay. Okay, ich muss mal meinen nehmen. Mein USB. Okay. Dann nehme ich den gerne mal an mich. Dankeschön. Ja. Gut. Gut. Sind wir fertig? Ja, wir sind eigentlich. Okay. Kommunikation abgeschlossen geworden. Jetzt bin ich auch am Start. Juhu. Ja, ich habe noch 25 HP, aber ich kann nicht sterben. Weil ich aus Glibber bin. Ja, du guck mal wieder. Ja, du guck mal wieder. Ich komme immer wieder. Ja. 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 Hier, pass mal auf. Dann sollte ich dir mal einen Trick zeigen. Dann kannst du da durchgehen. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben hier einen Stromausfall. Aber das ist zeitlos nicht. Ja. 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 Wie bist du da? Ja. 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 das habe ich gar nicht gesehen ich komme ich kann ich kann ach du kannst ja okay ich kann nur untergehen sehr schön hallo Oh lord. Geh es mal. Schön. Okay. Das war so gut. Dann geht's mal. I'll do Anshlye. Ich muss mich mal raus. Ja, das ist hier. Oh! Geh mal an. Oh, das ist so viel Geld. Oh, das ist meins. Das ist meiner. Au. Oha. Das hat mir wehgetan. Oh oh. Oh, das ist schon wieder. Du warst jetzt Wasser. Ah, hey. Jetzt können wir zusammen Spaß haben. Ja. Ich mach das hier auch. Ich glaube, wir haben jetzt genug Spaß gehabt. Wir sollten weitergeben. Ja. In die dritte Etage. Das muss aber jedes Mal haben wir respawn. Ja gut, okay. Ich muss jedes Mal respawnen, aber egal. Das geht auch nicht mehr. Nein. Aber wir können da reingehen. Das können wir machen. Ja, jetzt. Hey. Ich sammle den ein. Sehr gut. Ich hab's. Ich hab's gebunden. Ja. Mach die. Ich kann eigentlich nicht abziehen. Ja. das ganze geld 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 jetzt könnte mich auch meine aktion genau geld geil ja das schöne das geld 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 dann noch mehr geld kannst du sagen dieses ganze schöne geld hier liegen zu lassen ich verstehe aus glibber verstehen als du nein bleiben nicht stecken das ist das ist also nein es gibt keinen knopf okay da gehen wir mal so zwei ja ich finde ich hallo da kannst du mir nicht wollen doch ich bin auch wieder hier das ist schön aus der karte sein ich komme ich habe video so eine glatte ich gehe ich verstehe ja das habe ich überhaupt nicht gesehen ich glaube doch mal den recht beklopft ob dann was passiert was hat wie nicht aufmachen der alte schlüssel in der toilette ja klar meiner also du kannst du kannst mir den schlüssel abnehmen ja der alte edelstein im klotrick die alten münzen in der toilette ich bin außerdem ich will noch ein leben ich bin zwar nur schleim aber trotzdem nämlich habe gefühle dann machen wir noch hier ja und da ist das schlüssel weg weg also noch mit dir genau so ein schlüssel wie ich genau so ein schlüssel wie ich ja wir sollen diesen schlüssel aufnehmen ich habe mit dem mülltonen getreten scheren was scheren luigi hast du das gerade gesehen der wachmann hat einen aufzugsklopf du musst alles du musst dich nochmal aufgeben jetzt muss beide nach oben zeigen so pick da da die mann die müssen beide so nach oben zeigen sie sollten erst mal erst mal in die richtung gegeben wette das ist richtig nicht so lang dann auch stören der passt nicht karten zu tun warte ich habe die schlüssel abgenommen er macht man hat mich gehört hat ja ja das ist ein pick was haben wir ja was haben wir vielleicht kann sie ja durch glibbernden einfach ich kann dadurch glibbernd aber das sollten wir nicht hin weil wir haben keinen pick schlüssel reichen gedrückt man ja wo kann man den schlüssel reinpacken das geld mit herzen was wollte erst mal auf meine nase an zu fassen ich leckte von hier auf Oh genau so ist doch alles ein was mir nicht mehr und kommt mein gott das war man alles betreiben was war hier oben? ja du sollst da mal hochklettern ja du kannst nicht klettern? ich kann nicht klettern ich verstehe aus glibber der große nachteil eines glibber geschöpfe ja ich verstehe aus glibber aber weil es also schön dabei ist ich kann nicht jederzeit regenerieren ich kann auch das machen au 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 ich bin sowieso gleich wir sollten einfach wieder runter gehen okay ja in der boutique ich weiß es ich mache jetzt noch ein bisschen das ist in ordnung das wollte ich hören ich glaube ich weiß wie die folge heißt vandalismus vandalismus deluxe und geld ja da wollen wir sehen das geht ja mal so überhaupt nicht dass sie einmal so ein schlüssel bewegt ja ich werde weg von mir kleinen scheiß ja so macht man das musst du hier noch in ruhe vandalismus betreiben so geht es aber gar nicht dass ich hier keinen vandalismus betreiben kann das war genügend vandalismus wir sollten gehen das ist mir passiert mit den stöhnen da geringe mal aufeinander gestapelt jetzt ist die kasse weg wo ist die nur der ultimative sicherheitsmechanismus kommt für die bankräuber ja ja liebe das macht keinen sinn noch mal eben noch wasser auf so ein tröpfchen umbringt bringt mich um diese schmerzen hallo liebe gäste jetzt nicht mehr jetzt noch hier schnell das ganze blut einsammeln und dann ab ab zurück zur basis die kasse ist die kasse gesehen ich will erst mal betreiben es ist nie es ist nie genug neueste ist das mit dem schon gespielt hat er mich sehr an kämpfen drei stück erwischt wir ganz gut einsammeln von den ganzen den mit beiden sein ich bin ich bin unbesiegbar ich kann man nicht töten jetzt können wir die kasse jetzt wieder anschließend dann drehe ich am rad du siehst schick aus so macht man das habe ich gewohnt das ist natürlich noch damals hatte ich das gewohnt macht es nicht nicht er muss zerstört werden das ist ja klar ja genau da hatte ich jetzt gerade voll irritiert hatte ich bin natürlich die falschen ich bin ja jetzt wieder ja da kann ich jetzt mal die ganze zeit jetzt machen auf dem bildschirm ich helfe ich helfe ich helfe du helfst nicht, du blendest ich helfe du bist richtig stark am blenden ich sage doch, dass das blendet oh ich glaube ich habe was da gefunden warte ich habe auch siehst du jetzt ja ich habe was es ist irgendwo da gefunden auf der seite ne ich glaube es ist auf der seite alles in der richtung ist einfach irgendwie geblendet, ja das war keine karte er war doch noch zu jungen hallo erstmal knochen brechen ich glaube der sieht böse aus aber ich muss mich regenerieren ich hätte nur fünf das war ein ganz schön aggressiver geist nicht wahr ich bin überrascht dass es dir gelungen ist ihn einzufangen er würde mich definitiv in meiner forschung vor renten bringt also macht weiter so ja wir machen jetzt schon 30 und tschüss und und und